Und ihr Lieben und schöner Sef Startzeit aus Bremen zum neuen Videoformat Qualitätskontrolle. Ich habe letztens so nachgedacht, ich dachte, scheiße man, das geht doch nicht. Ich habe da ein Ranking, da sind teilweise Läden drin, die habe ich anderthalb Jahre nicht getestet. Und wie man es kennt, die Qualität schwankt. Und ich möchte euch in meinem Ranking natürlich immer nur das Best vom Besten zeigen. Deshalb wird jetzt was abgecheckt, unter anderem zweite Station Smack Burger in Berlin sehr gehypt. Und ich sage euch ehrlich, ich war einmal privat da, aber das kann ich dann natürlich nicht werten, wo er abgekackt hat. Wir gehen jetzt erstmal zu Popeyes in Bremen. Und das heißt natürlich, wenn ich jetzt einmal da bin, zufällig, und der dann abkackt, die Läden haben dafür zu sorgen, dass eine gleichbleibende Qualität da ist. Und das werde ich jetzt überprüfen. Wir sehen uns gleich beim Popeyes-Döner. Hier blende ich das Ranking nochmal ins Standard-Ranking. Sage gleich auch nochmal was zu. Wir bräuchten halt noch jemanden, der Undercover uns den Döner rausholt. Habe ich schon jemanden im Auge gehabt, aber ich glaube, den kriegen wir nicht überredet. Ja, das ist natürlich mit Inbegriffen, da muss jetzt Undercover rausgeholt werden. Das muss so performen. Achmed sagt eben schon, er soll rausholen, aber das ist mir zu unsicher. Die sind auf Alarmbereitschaft, wenn die jemanden von uns sehen. Wir müssen da jetzt jemanden ranholen. Wir brauchen jemanden, der uns einen Döner rausholt aus Popeyes-Döner. Ich gebe euch Kärtschi, könnt ihr euch auch einen Döner mitholen, wenn ihr Hunger habt. Ihr müsst ihn nur rausholen und fertig. Das war es eigentlich, weil die dürfen mich nicht erkennen, die kennen mich, wisst ihr? Geil, okay, Jungs. Normal, Standard, Mann. Genau, also die Jungs werden jetzt testen, ich habe den mitgegeben. Die werden jetzt Döner für uns rausholen. Einfach Standard. Die sollen einfach ganz normal Döner rausgeben. Mit Tzatziki scharf, keine Special-Soße. Ja, und dann werde ich danach reingehen und die nochmal fragen wegen Quali und so weiter. Na gut, Jungs, dann danke euch schon mal. Geil, Mann. Der Kollege hat damals Dinos, wir wollen da heute hin. Ja, er hat den empfohlen, damals im anderen Video testen wir Dinos nochmal und der hat echt abgerissen am Ende des Tages. Danke für den Tipp nochmal. Vielen Dank. Das ist für mich sicher, dass es keine Zufälle gibt. Ich bin zweimal hier, außer einmal Puff im Bremerhaven war ich zwischendrin, aber das dann... Nein, natürlich nicht, Mann. Zweimal hier, treff den gleichen Typen, der mir den letzten Döner empfiehlt und wir wollen jetzt dahin. Das ist ein zweites Video, ich weiß nicht, ob es schon draußen ist, vielleicht kommt es auch noch, aber brutalos. Brutalos. Ja, ich war's kack, Mann. Ich muss auch, warte mal, einmal. Wir pissen nicht einfach in die Ecke oder so, wisst ihr? Das sind keine Asozialen. Das dürft ihr aber niemandem sagen, das ist so eine Information, die soll nicht an die Öffentlichkeit geraten. Diese Chemie, die da unten drin ist, in der Toilette, um auch den Kot und so zu zersetzen. Da könnt ihr einen Mensch reinwerfen, der wird zerlegt. Wirklich, werft deinen ganzen Arm rein, erst dort einen Tag, dann ist es zerlegt. Ich sag euch, Leute, die Jungs haben sich was zu dampfen geholt, die kommen nicht wieder. Ich hab schon vorhin zu 8 Uhr gesagt, die sahen mir so aus und so hätte ich früher auch gemacht. Wir warten hier schon eine halbe Stunde, glaub ich, Mann. Okay, cool, Jungs, ihr habt drei Döner am Start, zwei sind natürlich für euch, ne? Geil. Ja, Jungs, ich danke euch, der Rest ist natürlich für euch, ich weiß nicht, wie viel da genau, denn werden wir jetzt testen. Und ja, cool, danke für die Action, und lasst euch schmecken. Guck mal, ja. So, geht los. Also, erster Eindruck, geil mit dem Sesam, aber Achmed sagt auch schon, kommt sehr trocken rüber. Ganz anders vom Feeling als da, wo ich das letzte Mal hatte. Letztes Mal war aber auch noch mit Grillgemüse und sowas, ne? Das muss man dazu sagen. Also, Fleisch erstmal komplett Standard, muss ich sagen, ne? So vom Feeling her. Vom Feeling, das Brot von aus finde ich gar nicht schlecht. Schön knusprige Hülle, hat wirklich einen Fladenbrotcharakter. Einfach wenn ihr Fladenbrot einfach krosst, erhitzt habt, meinetwegen im Ofen, ist gar nicht schlecht. Im Großen und ganzer, dass ich würde das mal recht stumpfen Charakter, weil ihr habt einfach eine stumpfe, lieblose, wie gesagt, Fladenbrotplatte außen. Die jetzt irgendwie, ja klar, die Kruste ist gut, aber es ist einfach eine platte Brot, die relativ hart ist und wenig Herz hat, so. Ich bin sehr enttäuscht. Ich werde dir eben aufsnacken und dann werde ich noch ein paar Wörter sagen und dann werde ich auch mal eben vielleicht noch was nachfragen. Also, Achmel sagt eben, und ich kann es jetzt unterschreiben, weil ich da keine Erfahrung habe, aber ich könnte es mir vorstellen, er sagt, das ist wie altes Fladenbrot. Nochmal aufgewärmt, sagst du, ne? Safe. Dieses alte Fladenbrot, die du da kennst, ist schon hart. Werbt man einmal auf, werbt ein bisschen Wasser drüber oder so, knuspert, aber nicht frisch. Ja, also auf jeden Fall stimmt da was nicht beim Brot. Ich werde da jetzt nochmal reingehen, was fragen und dann kriegt ihr auch die Bewertung hier direkt, aber wir haben hier unser erstes Downgrade. Safe, raus, außen, wanking, aber Bewertung kriegt ihr gleich. Ja, Leute, ich habe hier Bülent am Start, Chef von Popeyes, ne? Ja. Also, ich war ja schon mal, du hast es ja mitgekriegt, auch vor langer Zeit mal hier, ne? Und ich mache natürlich immer Qualitätskontrolle, um dann auch zu sehen, wie die Qualität gehalten ist. Damals war ich richtig krass überzeugt von meinem Döhler, ne? Und dann habe ich über ein paar Ecken ein bisschen gehört, ja, die hat mich ein bisschen vollgeflunkert mit von der Quali und so. Sollte wohl nicht so stark sein, also du sagst ja, ihr habt jetzt auch quasi die Produktion in eigene Hand gelegt und so, ne? Genau, seit dem Tag hat sich einiges getan. Wir haben die Produktion selber in die Hand genommen, damit wir den Standard immer gewährleisten können. Auch das Brotbacken wir selber, die Sohsen komplett, alles aus eigener Hand und so können wir halt immer die beste Qualität liefern, sag ich mal so. Okay, geil, geil. Also, ich möchte jetzt nicht zum Beispiel, dass du das Video siehst danach, deshalb sage ich dir direkt sozusagen mein Ergebnis. Ja. Also, ich habe gesagt, ich war heute nicht so überzeugt von meinem Döhner, einfach weil das Fleisch, das kam, glaube ich, aus diesem Wärmebehälter raus, ne? Weil die es vorgeschnitten haben. Es hat mich einfach nicht so geflasht und das Brot fand ich tatsächlich ein bisschen hart. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht die Ladung von gestern noch war oder ihr das jeden Tag frisch macht, aber ich fand tatsächlich letztes Mal, ob jetzt da noch nicht in eigener Produktion, fand ich ein geiler. Und heute hast du schon auch einen gehabt? Heute habe ich auch einen gehabt, ich habe extra Jungs reingeschickt, so undercover mäßig, weißt du? Hab rausholen lassen, weil ich muss ja mal gucken, wie es auch, wenn ich nicht da stehe und nicht so Sonderbonus kriege. Und es war zum einen nicht knusprig, so, ne? Das ist vielleicht auch wegen der Gerät, dass sie gar nicht geachtet haben, es war nicht knusprig und das Brot war halt wirklich einfach nicht überzeugend heute. Brot ist ein Sauerteig mit dem Nouvola-Mehl, das so ein bisschen Fluffigkeit hat. Eigentlich soll nur die oberste Schicht ein bisschen knusprig sein. Und zum Fleisch, ich mag das immer nicht, wenn das zu trocken ist, muss schön saftig sein. Dadurch haben wir ein spezielles Verfahren, das Fleisch wird mit einer Thymian-Milch-Marinade, wird das unter Vakuum gemischt. Ah, okay. Mit so speziellen Gewürze. Und dann droht das zwei Tage und erst dann steckt er den Spieß. Genau, genau. Hört sich heftig an, also ich sag immer so, ihr müsst es auch immer neutral betrachten. Ich war bei den besten Läden, war fünf, sechs Mal da. Oft, sag ich mal, war das Ergebnis lange nicht so wie bei den besten Malen. Das ist Standard, der Gerät ist da drin. Irgendwas stimmt immer mal nicht, wo man sagt, da an den ein, zwei Stellschrauben, okay, ist so passiert. Und da langt, wenn man das Brot einmal für zwei Sekunden zu lange drin lässt im Toaster, das war nicht außen kross, innen fluffig, das war halt ein Brett so. Und da langt es manchmal einmal nicht aufmerksam, 20 Sekunden gewartet und das ganze Ergebnis ist dann hinüber. Also wir werden denen nochmal eine Chance geben. Gerne. Alles klar. Wir haben jetzt nochmal das Fleisch, es ist ganz kross gebraten jetzt. Also man sieht auch von außen, ganz andere Nummer, das eben war wirklich einfach nur wabbelig. Wir snacken jetzt erstmal auf und dann geht das weiter. Eine kleine Zusammenfassung. Wir haben jetzt nochmal mit ihm geredet, dass wirklich Selfies sein Urgroßvater, also wie das machen mit Vakuumierung und Marinieren, alles einziehen. Aber ich muss dabei bleiben, wie das Geschmacksbild war und das Geschmacksbild war Standard. Es hat einfach, egal ob Selfies oder nicht, aber es hat Standard geschmeckt. Einfach ein gewöhnlicher Döner, als hätte ich das Fleisch auch schon sehr oft in der Form gegessen. Obwohl, nachdem er es erzählte, ich habe es nochmal so pflegt, es war wirklich saftiger. Aber vom Geschmacksbild gleich. Da muss ich sagen, was vorher, wo ich letztes Mal da war, wo es ja noch nicht Selfies war, hat es mir sogar tatsächlich besser geschmeckt. Es ist manchmal so, wir gehen jetzt zu Smack Burger in Berlin, beziehungsweise wir fahren. Ja, mal gucken, ob da noch jemand aus dem Ranking rausrasselt. Bis gleich. 7,5 Punkte für Popeyes. Es scheint von denen viel zu sein, irgendwie so diesen Standard-Döner-Geschmack an Mann zu bringen. Mit guter Quali. Gute Quali haben sie geschafft, aber für mich einfach zu gewöhnlich, der Döner. So, wir sind jetzt in Berlin am Start. Wir haben nochmal einen Special Guest. Moin. Ja, Chris, grüß dich. Erstes Mal ohne Maske jetzt hier in deinem Video. Letztes Mal noch mit Käppi und Sturmmaske und alles am Start gewesen. Bietet sich auch einfach nicht an zum Foodbloggen. Er ist ja bei sich auf dem Kanal ewig nur mit Helm unterwegs gewesen, als Chris das letzte Mal bei mir dabei war. Wir haben dann auch viele gefragt, weil er hat sein Gesicht halt nicht gezeigt. Dreieinhalb Jahre nicht gezeigt, ja. Warum ist er mit Helm? Was macht er? Warum ist er denn der? Ja, weil er hat sein Gesicht nicht gezeigt. Jetzt hat er sich enthüllt auf dem Kanal und ist hier auch. Und jetzt bin ich Foodblogger geworden. Ja, Mann, auf jeden Fall. Deine Kritik ist gefragt heute. Wir wollen eigentlich gleich Currywurst-Video machen, das werden wir auch machen. Aber erst mal dachte ich, ruft Chris schon voran, damit er uns auf Undercover jetzt einmal da, er ja dadurch, dass sein Gesicht jetzt erst noch nicht so bekannt ist und schon gar nicht für Food uns den Burger rausholt. Und bei Smack Burger. Okay, erst mal missbraucht für ein anderes Video noch. Ja, natürlich, natürlich. Kurz einfach ausgenutzt. Was ist die Vorgeschichte zu dem Burger? Also wir haben den Smack Burger schon mal getestet, richtig hoch gerankt, als er rauskam. Und jetzt ist das Problem gewesen, dass ich den Privat mal gestern habe und jemand anders auch, der Big Baba, und er da echt eingeschissen hat. Und ich bin natürlich für die Qualität in meinem Ranking verantwortlich, dass die Leute da hingehen und wirklich sagen, ist geil. Deshalb müssen wir das jetzt gewährleisten. Ich sag ihm, gib mir ein Hunni, wird gleich getestet. Genau, du holst zwei Burger, einen für dich, einen für mich auch. Das schaffen wir nicht. Also mit vier Currywürsten noch. Also ich will keinen Burger. Willst du keinen? Okay, Chris isst keinen, er ist einfach nur supporter, treuer Supporter hier heute. Wenn wir denn noch drei, vier Currywürste essen, dann kann ich vorher keinen Burger essen. Scheiße, hast du recht. Ich bin das ja gewohnt, du nicht. Dann holst du einen Burger raus, wir sehen uns gleich mit Burger. Ja, und gucken nach der Qualitätskontrolle, die Bilder, die ihr vom Burger und so noch seht, die sind nachträglich dann natürlich aufgenommen. Ach ja, jetzt wo wir gerade warten, übrigens noch nebenbei. Ich hab mir die Mission mit Big Baba geteilt, wir haben das im letzten Video abgesprochen, dass wir beide da hingehen. Das Macburger hat abgekackt. Da war ich privat und der hat eingeschissen. Wacht euch gefasst, wir werden unabhängig voneinander undercover kommen. Also auch beim B-Line reinschauen nochmal. Könnt ihr euch auch gerne von Big Baba nochmal angucken, der hat das auch undercover getestet, sodass man natürlich nochmal eine andere Sichtweise hat, selbst wenn der heute hier einscheißt. Genau. So, Chrissy, wir haben jetzt schon mal den Burger. Danke dir. Ey, sahen richtig gut aus, die Patties. Ja, sehen geil aus, ne? Sie sehen größer richtig gut aus, ja. Und das Brot auch heftig, ne? Habe ich nicht gesehen. Also ich hab nur kurz Patties, dann hab ich mich hingesetzt, so, auf undercover, ganz hinten. Ja, hast dir gar nicht gezeigt. Du hast Helm wieder angezogen. Waren die nett? Waren die freundlich? Ja. Dann gucken wir mal hier, was wir haben. So ein kleines Schulsandwich, was mir meine Mama eingepackt hat. So, Chrissy, da bin ich mal gespannt, was das hier sagt. Als ich das letzte Mal privat halt da war, komplett Katastrophe. Als hätten wir das Fleisch nicht mal richtig gewolft, dann hatte ich so ein Stück Fleisch mit drin, einfach so. Ganz, ganz komisch. Kein, der erst vermisst wieder heftig zu sein. Ja. Da ist halt so eine geile Senf auch noch mit drin. Das vermisst wir in letzter Zeit oft bei Burgern. Irgendwie ist es nicht mehr so im Trend, sag ich mal. Ist da wieder so Käse überall abend wie letztes Mal? Mh, mh. Tatsächlich nicht. Das ist Endlevel, Mann. Ja, der ist wieder heftig. Das muss ich auch mal abressen. Ja, hau mal rein. Mich erinnert der ein bisschen an McDonalds. So vom Patty her mit dem Käse, von der Konsistenz her, so McDonalds Cheeseburger. Also ich finde vom Feeling her mit diesem Senf, das ändert mich auch immer direkt an McDonalds. Das schmeckt schon wirklich sehr gut. Schon wild, Mann. Mit diesen Zwiebeln halt auch, die sind so herzhaft geil da drin. Kann man auf jeden Fall mal hingehen. Kann man, mach mal, ja. Kann man machen. Ich muss mal mal ein Ranking gucken, Leute. Also definitiv kein Downrate bei diesem Laden, muss ich sagen. So für euch zum Interesse, als ich privat da war, hätte ich vielleicht eine 3,5 gegeben, weil er wirklich versagt hat. Heute, ich sag's euch, gibt es sogar ein Upgrade. Also ich gebe sogar eine 8,9 heute. Wild, Mann. Sogar mit Kommastelle hinter der 8,9. Immer, immer. Ich wollte sogar wirklich auch für euch, ich wollte noch eine zweite Kommastelle teilweise, weil das muss eigentlich beinahe eingeschüttet werden. Ja. Also ich mache die zweite Kommastelle, 8,9. Ja, geil. Ja, Chris, danke fürs Dabeisein. Wir beenden das Video schon mal. Denkt auch immer dran, Chris ist jetzt auch in der Videobeschreibung mit drin. Abonnieren, den guten Kollegen. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Lasst den Daumen oben gerne volles Fund glühen. Kommentar, irgendwelche Ideen, alles rein gerne, um das Video zu supporten. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Gelle?